Musik Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fan Fiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fan Fiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fan Fiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 107 Maskerade Zweiter Teil Am nächsten Morgen erhielten Ginny und Harry einen Ruf von Ron über das Flohnetzwerk und nachdem sie ihn eingeladen hatten, kurz vorbeizuschauen, stand er prompt im Wohnzimmer. Er begrüßte seine Schwester ganz herzlich, stürmte gleich darauf zur Wiege und nahm seinen Neffen in den Arm, der gerade müde gähnte. Werde ich auch begrüßt? Werde ich auch begrüßt? stichelte Harry scherzend. Morgen Harry. Sagte Ron kurz und knapp, ohne ihn anzusehen. Doch gleich darauf musste er kichern, bevor er seinen Freund mit einem Arm, denn mit dem anderen, hielt er Nikolas, freundschaftlich umarmte. Heute ist doch das Spiel gegen die Kenmare Kastrels, oder? Wollte Harry wissen, der sich natürlich, auch wenn er nur noch selten spielte, über sämtliche Quidditch-Ereignisse informiert hatte. Ja, heute sind die Kastrels dran. Den Tornados haben wir ja letztens ja den Winters in Segeln genommen. Die hatten Haushoch verloren. Erzählte Ron stolz. Ron gab Nikolas an seine Schwester weiter, als der zu weinen begann, sodass er sich an Harry wenden konnte und sagte. Wegen dem Denkarium. Was für ein Denkarium? fragte Harry verdutzt. Ron blickte ihn vorwurfsvoll an, bevor er erklärte. Ich hatte doch gesagt, dass Angelina ihren Bekannten fragen wollte, ob der dir sein Denkarium zur Verfügung stellen könnte. Aber das brauchen wir doch nicht mehr. Hermine hat Snapes Traum doch bekommen und ihn analysieren dürfen. Das Denkarium hätten wir nur gebraucht, damit Hermine den Traum aus meiner Erinnerung hätte lesen können. Das weiß ich doch alles, Harry. Es geht trotzdem um das Denkarium. Denn weißt du, der Mann, dem es gehörte. Gehörte? fragte Harry. Ja, gehörte. Lässt du mich jetzt mal bitte ausreden? Bad Ron schmunzelnd. Harry war schon immer wahnsinnig neugierig gewesen, wie auch Hermine und Ron selbst. Okay, setz dich und erzähl, forderte Harry seinen Freund auf. Ron setzte sich und ergriff sofort nach der Schale mit Süßigkeiten, die auf dem Tisch stand. Und nachdem er sich einen Schokofrosch einverleibt hatte, komplett, begann er mit vollem Mund so unverständlich zu erzählen, dass Harry ihn bat, erst aufzuessen. Nachdem Ron gekaut und geschluckt hatte, begann er nochmals. Der Mann ist tot, ist gestorben. Dass es wegen dem Denkarium so lange gedauert hatte, war nicht Angelina schuld. Der Freund ihres Vaters lag im Krankenhaus und war kaum ansprechbar. Sie hatte ihm in der Hoffnung einen Brief geschrieben, er würde ihn in einem wachen Moment lesen können. Aber er ist gestorben. Aber Ron hob seinen Zeigefinger, um anzukündigen, dass jetzt der interessante Teil kommen würde. In Jelinas Brief ist natürlich den Verwandten in die Hände gefallen und nachdem die gelesen haben, dass Harry Potter Interesse an dem Denkarium haben würde, haben die Erben sich geeinigt und es dir überlassen. Harrys Augen wurden tellerrund und blitzten ungläubig hinter der Brille auf. Ron nickte heftig und versicherte. Doch, wirklich. Kannst du es mir glauben? Du müsstest von dem Nachwahlers Verwalter bald einen Brief bekommen und auch ein großes. Er zeichnete mit beiden Fingern in der Luft einen üppigen Gegenstand. Wirklich großes Päckchen. Das kann ich gar nicht glauben, sagte Harry verblüfft. Nur weil ich Harry Potter bin? Ja, mein Freund. Ehrlich gesagt hätte ich mal Lust, einen Tag lang als du herumzulaufen. Die ganzen Mädels, die Autogrammjäger und die vielen, vielen Geschenke und Rabatte, wenn du irgendwo essen gehst oder Einkäufe machst. Was? sagte Ron schelmisch grinsend. Glaube ich dir gern, dass dir das Spaß machen würde. Für einen Tag wäre das auch völlig in Ordnung. Aber nicht, wenn es immer so ist, erklärte Harry ein wenig bedrückt. Ron schlug ihm auf die Schulter und knetete sie verständnisvoll, bevor er sagte. Hast du es mal wieder versucht? Ich meine mal rauszugehen in die Zaubererwelt? Momentan steht von dir nämlich recht selten etwas in der Zeitung, mein Guter. Okay, letztens warst du auf Platz 1 der begehrtesten Junggesellen. Aber das wird sich nach der Hochzeit mit Ginny auch lehnen. Ich befürchte fast, die Hochzeit wird die Menschen wieder anheizen, Ron. Ich will das alles nicht, sagte Harry schlapp. Jetzt macht ihr darüber mal keinen Kopf, Harry. Ach ja, bevor ich es vergesse. Die Frau von Oliver, Tammy, deren Onkel arbeitet seit Jahrzehnten in Askar-Bahn und der sagt, dass ein Dementor die Seele immer nur im Stück verschlingt und er nicht davon abzuhalten ist. Nicht mal mit einem Patronus. Wieso nicht einmal mit einem Patronus? Fragte Harry mit gerunzelter Stirn. Weil, und daran hatte sich Herminia neulich erinnern können, Snape damals schon gesagt hatte, dass allein der Anblick eines Dementorenkusses einen wahnsinnig werden lässt. Du hast gar keine Chance, jemandem mit einem Patronus zu helfen, wenn der gerade geküsst wird. Denn wenn du das siehst, mach dein Verstand winke, winke. Woher weiß man das? Wollte Harry wissen. Weil es solche Fälle gibt und einige von denen liegen auf der Janethicke Station, weil man sie nicht heilen kann. Die sind verrückt geworden, Harry. Sagte Ron gewissenhaft. Das heißt also, dass ich damit Herminia's Dementorenkuss Theorie Snape betreffend widerlegt habe. Fügte er ganz stolz hinzu. Harry schüttelte ungläubig den Kopf und fragte. Aber Severus hatte doch gesagt, er würde es ertragen, zuzusehen, wie die Dementoren Sirius küssen. Wieso? Was weiß ich? So gefühlskalt wie der ist, könnte ich mir sogar vorstellen, dass der abends mit ein paar Dementoren Karten spielt. Sagte Ron, wenig respektzollend. Schmollend warf Harry ein. Du würdest ganz anders über ihn reden, wenn du ihn so kennen würdest, wie ich ihn jetzt kenne. Ja klar, stell es dir doch nur einmal vor. Snape und ich, wie wir uns gemeinsam ein Butterbier hinter die Binde kippen. Nein, Harry, mit dem werde ich nie warm werden. Sagte Ron überzeugt. Ron griff nochmals das eigentliche Thema über Dementorenküsse auf und sagte. Wenn Hermine möchte, kann sie gern mal mit Tamys Onkel reden. Oliver hat sowieso neulich gesagt, er würde dich gern mal wiedersehen. Harry lächelte, bevor er fragte. Was hast du mir damals nahegelegt? Mal unter Menschen zu gehen? Ach, ich bin viel zu leicht zu durchschauen, nicht wahr? Wir könnten uns ja mal wirklich ein paar Leute suchen und uns zum Kötisch treffen. Du hast doch erzählt, dass Sirius dir einen Rocketeer geschenkt hatte. Hast du den überhaupt mal geflogen? Ich habe ihn ausprobiert und er ist klasse. Einmal habe ich mit Schülern gespielt und... Ron unterbrach Harry und sagte. Da warst du aber Hüter. Nein, das ist nichts für dich. Du, Harry, bist dein Sucher. Ein Stockwerk tiefer war Hermine gerade aufgestanden und sie konnte es kaum erwarten, mit Severus zu sprechen, über den Adler-Augetrank und den gestrigen Vorfall mit Draco. Zunächst wollte sie jedoch ihrer Aufgabe nachkommen und so trat sie. Salazar hatte ihr wortlos geöffnet, ihr jedoch wegen ihrer Drohung mit dem Bombarder vor zwei Tagen einen Todesblick zugeworfen in sein Wohnzimmer. Was tun sie denn hier? Fragte er, bevor er auf die Uhr schaute und feststellte, dass es kurz vor halb neun morgens war. Na, ich gehe mit dem Hund raus. Erwiderte sie unsicher. Ah, richtig. Sagte er. Die Leine hängt. Neben der Tür. Vervollständigte sie seinen Satz. Das hatten sie mir schon gesagt, Severus, fügte sie lächelnd hinzu. Der Hund, so dachte Hermine, würde wohl mit jedem freiwillig mitgehen, der die Leine von ihrem Platz neben der Tür nahm, denn kaum hatte sie ihren Arm danach ausgestreckt, kam Harry angelaufen und machte brav vor ihr Platz. Bleiben sie danach zum Frühstück? Wollte Severus nebenbei wissen, da sie etwas irritiert wirkte, denn eigentlich hatte sie befürchtet, er würde heute mit ihr nicht mehr zu tun haben wollen als notwendig, erklärte er. Harry hatte mir an den unterrichtsfreien Samstagen nach dem Spaziergang immer Gesellschaft. Er verstummte, denn er hatte eben ungewollt zugegeben, dass ihm eine Gewohnheit fehlte, nämlich das gemeinsame Frühstück mit einem Freund. Ja, gern. Haben Sie einen besonderen Wunsch? fragte er. Ich hätte diesmal lieber Kaffee anstatt Tee. Mir ist irgendwie danach schwarz und stark, wenn die Elfen das überhaupt hinbekommen. Entgegnete sie lächelnd, bevor sie mit dem Hund nach draußen ging. Schon im Flur traf sie auf Harry, der verdutzt reinschaute und dann schmunzelnd sagte, Ich glaube, wir müssen uns besser abstimmen, Mine. Ich wollte eben mit ihm rausgehen. Sei doch froh, dann kannst du mit Ginny zusammen frühstücken. Nein, kann ich nicht. Sie will unbedingt in der großen Halle essen, damit sie auch jeden Klatsch und Tratsch wegen Dracos gestrigem Auftritt mithören kann, sagte er etwas entmutigt. Neugierig und etwas gedämpft fragte er. Wie ist da drauf? Sie schob die Unterlippe vor, bevor sie die Schultern einmal hob und wieder senkte und dann antwortete. Wie immer, würde ich sagen. Schön, auch wenn das nichts zu bedeuten hat, kommentierte er ihre Aussage. Ron war übrigens kurz da, um mir zu sagen, dass ich demnächst ein Denkarium bekomme. Hat es Angelina doch endlich geschafft? Fragte sie ein wenig spöttisch, doch sie lächelte gleich darauf. Wir brauchen keines mehr. Ich werde es trotzdem bekommen. Der Mann oder besser seine Erben haben es nämlich mir vermacht. Ist doch eine schöne Sache, so ein Denkarium, sagte er und blickte sie dabei an, während der Hund die Richtung wählte, die sie gehen sollten. Ich könnte dir zum Beispiel zeigen, was du auf der Hochzeit von Sirius und Anne noch alles verpasst hast, nachdem du gegangen bist. Sie rollte mit den Augen, doch ihr schlechtes Gewissen, niemand Bescheid gegeben zu haben, ließ sie ruhig erklären. Nachdem der Brautstrauß geworfen worden war... Sie blickte zu Boden, dann in Harrys Augen, bevor sie sagte, Alle haben getanzt und meine Stimmung an dem Tag war von Anfang an miserabel. Mein Kleid ist noch zwei weitere Male gerissen, ich hatte keinen Hunger und ich hatte niemanden, der mit mir tanzt. Ich wollte mit dir tanzen und Sirius auch, sagte Harry nörgelnd. Du weißt, was ich meine. Du hast mit Ginny getanzt, Harry. Minerva mit Albus. Remus mit Tongs. Jeder hatte jemanden, sagte sie wehmutig. Wie willst du Leute kennenlernen, wenn du einfach gehst? Da waren ein paar Muggel auf der Hochzeit, mit denen... Sie hielt beide Hände in die Höhe, um ihn zum Schweigen zu bringen, bevor sie erklärte. Momentan ist mir nicht nach solchen Geselligkeiten, Harry. Drohend, machte er ihr klar. Wenn Ginny und ich heiraten und du einfach abhauen solltest, Termine, dann werde ich alle anwesenden Auroren darum bitten, dich zurückzuholen. Also lass dir das gar nicht auf meine Hochzeit einfallen, sonst werde ich richtig sauer. Er hatte ungewöhnlich ernst geklungen und daher versicherte sie ihm, so etwas nicht noch einmal zu machen. Der Hund führte sie in Richtung Hagrids Hütte, was keiner von beiden bewusst wahrnahm, denn Harry erzählte von den Neuigkeiten, die Ron über Dementorenküsse erfahren hatte. Ron hat gesagt, dass du mit dem Mann auch gerne mal selbst reden kannst, wenn du ihm nicht glauben solltest, gab er inhaltlich von Ron wieder. Ich glaube ihm ja, aber das macht die Sache doch nur noch schwieriger, wenn es kein Dementorenkuss gewesen war. Was ist dann mit Severus geschehen? Weißt du, was mir an ihm aufgefallen ist? Fragte sie, weil Harry den Kopf schüttelte, schilderte sie gewissenhaft. Wenn du oder ich in seiner Nähe sind, dann werden seine Augen immer braun und sie bleiben so. Wirklich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Und was sagt Severus dazu? Wollte Harry wissen. Sie stieß durch die Nase Luft aus und klang derweil wie ein wütender Drache, bevor sie ihm klar machte. Die letzten Male, als ich ihn auf seine Augenfarbe hin angesprochen hatte, da ist er entweder explodiert oder er hat mich und meine Fragen ignoriert. Ich habe es aufgegeben, deswegen mit ihm reden zu wollen und bemerke weiterhin jeden Tag, dass seine Augen nicht mehr so schwarz sind. Vielleicht solltest du ihn mal darauf ansprechen. Und du meinst wirklich, wenn ich das anspreche, dann bleibt er gemütlich? Fragte er sarkastisch. Sie lachte und stolperte derweil beinahe über einen Stein, bevor sie laut nachdachte. Ich glaube, er selbst merkt es nicht einmal, Harry. Wenn er morgens in den Spiegel schaut, müsste es ihm doch auffallen. Aber ich vermute ganz stark, dass er jeden Morgen aufs neue dunkle Augen hat. Erst wenn er auf dich oder mich trifft, dann werden sie wieder warm. Ich sehe diese Wandlung jeden Tag, Harry, sobald wir uns begrüßen. Völlig aus dem Zusammenhang gegriffen, erzählte Harry plötzlich. Severus hat mir neulich erzählt, warum er Sirius so hasst. Sie zog beide Augenbrauen in die Höhe und wartete gespannt darauf, was er erzählen würde. Wie es aussieht, war nicht nur Remus in meine Mom verliebt gewesen, sondern auch Sirius und Severus. Nur dass Sirius wohl alles daran gesetzt hat, Severus überall lächerlich zu machen, damit er bei meiner Mom keine Chancen haben würde. Sie verzog den Mund, bevor sie vorsichtigst sagte. Sirius war ein ziemlich intrigantes Schwein, wenn ich mich mal etwas derber ausdrücken darf. Nimm es mir bitte nicht übel, Harry. Aber ich glaube, weder du noch ich hätten ihn während seiner Schulzeit zum Freund haben wollen. Harry seufzte, bevor er zugab. Das Schlimmste ist, dass ich genauso denke, Mine. Anne muss ihm irgendwann mal den Kopf gewaschen haben. Weil Hermine die Stirn runzelte, erklärte er. Ich habe auf der Hochzeit ein wenig mit Beth gesprochen und Anne hatte sie wohl einmal in seiner Gegenwart dazu aufgefordert, über die Schulzeit zu sprechen. Beth war eine Streberin gewesen, Lieblingsschülerin der Lehrer. Sie hatte ziemlich schlimm unter den Mitschülern zu leiden. So etwas gibt es leider überall und nicht nur in Schulen, warf Hermine ein. Severus hat auch erzählt, dass er meiner Mutter, oder besser meinen Eltern, Briefe geschrieben hat, fügte Harry hinzu. Oh wirklich? Wann soll das gewesen sein? Genau wusste er es nicht. Deswegen sagte er, es muss gleich nach der Schule gewesen sein, denn er meinte, während der Schulzeit hätte er keine Gelegenheit gefunden, mit ihr zu reden. Jetzt wird es interessant, Harry. Nein, sagte Hermine. Ach ja? Ja, denn ich weiß, dass Severus nach der Schule für vier Monate mit einer, und jetzt halte ich fest, Dame namens Linda liiert war. Hermine nickte langsam, während diese Information von Harry langsam verdaut wurde. Und? Und? Fragte er langgezogen, weil er nicht wusste, auf was genau sie hinaus wollte. Oh, Moment, Linda, etwa die, von der wir gelesen? Ich vermute schon, denn er hatte erzählt, er hätte ihr aus einer prekären Situation geholfen. Ich bin mir sicher, dass er mit Remus' Ex zusammen gewesen war. Vorsichtig fragte er. Ja, das hat er dir alles erzählt? Ich meine, freiwillig? Sie musste lachen, bestätigte jedoch. Ja, freiwillig. Wir haben diese Linda nämlich getroffen, als wir wegen der Dracheneier in der Winkelgasse gewesen waren. Ihr wart wegen Dracheneiern? Vergiss die Dracheneier, die sind nicht wichtig. Doch plötzlich hielt sie inne. Denn natürlich waren sie wichtig. Doch durfte sie Harry davon erzählen, welche Farbe Severus gehabt hatte und was diese bedeuten würde? Es war ihm aufgefallen, dass sie plötzlich zu überlegen schienen. Es kam ihm so vor, als würde sie etwas abwiegen. So, dass er fragte. Weißt du noch mehr? Sie kniff die Lippen zusammen und sagte. Harry, du weißt, dass du mein bester Freund bist. Aber ich stehe da gerade zwischen zwei Stühlen. Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählen darf. Denn wenn Severus das erfahren würde, dann würde er mich wahrscheinlich vierteilen oder so. Wie sollte er davon erfahren, Mine? Hermine, außerdem will ich ihm genauso helfen wie du. Also sehe ich da gar kein Problem. Ich meine, ich habe dir auch eben etwas erzählt, das er mir anvertraut hatte. Und das ich dir bestimmt nicht hätte erzählen dürfen, erwiderte er. Hermine kaute an ihrer Unterlippe, bevor sie sagte. Andererseits weiß er ja ganz genau, dass wir über alles reden. Das habe ich ihm gegenüber sogar mal zugegeben. Aber da hat er nichts weiter dazu gesagt. Er war nur sauer, als er mitbekommen hatte, dass ich mit anderen, in dem einen Fall Remus, über ihn gesprochen hatte. Davon war er gar nicht begeistert. Ich sollte das nächste Mal ihn fragen, hat er gesagt. Es ist ihm aber klar, dass wir beide miteinander über ihn reden und es scheint für ihn normal zu sein. Was also, wenn er dir und mir jeweils kleine Brocken zerwirft, die wir zusammenfügen müssen? Ich glaube mittlerweile, er möchte wirklich, dass wir das Rätsel lösen. Aber nur wir. Das sehe ich genauso. Also raus mit der Sprache. Was weißt du Neues über ihn? Na ja. Sagte sie vorsichtig, weil sie sich nicht sicher war, ob sie es wirklich tun sollte. Sie überwand sich und erzählte von dem ostasiatischen Trank, den sie gebraut hatten und sagte. Ich habe seine Magiefarbe gesehen. Nein, jedenfalls glaube ich, dass sie es war, denn er hat sehr heftig reagiert und ist geflohen. Was war seine Farbe? Doch nicht etwa schwarz? Fragte Harry besorgt. Nein, nicht schwarz. Sie war grau. Ich habe sofort nachgeschlagen und grau bedeutet wirklich nichts Gutes, Harry. Allerdings habe ich gedacht, dass die Erklärung dieser Farbe meine Dementoren-Theorie untermauern würde. Aber das tut sie offensichtlich nicht, wie wir ja jetzt von Ron wissen. Und? Was bedeutet grau nun? Wollte Harry unbedingt wissen. In Stichpunkten gab sie aus dem Buch wieder. Verblasstes Innenleben, Mangel oder Fehlen von Empfindsamkeit oder auch eine verirrte oder vollends verlorene Seele. Das hört sich alles nicht gut an, Harry. Das erklärt jedenfalls, warum er während unserer Schulzeit immer so ein Grießkram gewesen war und manchmal noch ist. Wenn er nichts empfinden kann, dann ist ihm auch egal, was die Menschen in seinem Umkreis von ihm denken. Da fällt mir was bei ein, sagte Harry. Als ich Albus erzählt hatte, dass Severus Anne helfen möchte, indem er in ihren Kopf eindringt, da sagte Albus, ich solle auf Severus aufpassen. Denn der würde möglicherweise nicht mehr die geforderte Rohheit für so ein Unterfangen mit sich bringen. Und was heißt das? Wollte Hermine neugierig wissen. Harry hob und senkte die Schultern, bevor er antwortete. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe Albus auch gleich gesagt, dass er in Rätseln sprechen würde, aber ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass er von Severus und seinem Zustand nicht nur Kenntnis hat, sondern ganz genau weiß, was die Ursache dafür ist. Hermine seufzte und sie erinnerte sich daran, als Harry ihr von seinem klärenden Gespräch mit Albus erzählte. Der Direktor hatte gesagt, sie dürfen Severus nicht aufgeben und er hatte empfohlen, dass sie weitermachen sollten, aber weitermachen womit? Albus selbst war keine große Hilfe gewesen, denn er hätte versprochen, darüber überhaupt kein Wort zu verlieren. Womöglich, dachte Hermine, war die Antwort auf Severus' Verhalten ja auch im Büro des Direktors zu finden. Sie schüttelte den Gedanken, in Albus Büro einzudringen, um es zu durchsuchen, schnell von sich ab, bevor sie sagte. Ich glaube, dass seine Augenfarbe nichts mit der Magiefarbe zu tun haben kann, denn als ich ihn in Grau gehört gesehen hatte, da waren seine Augen noch immer braun. Er muss aber empfinden können, Hermine. Du hättest ihn erleben sollen, wie er war, als er mir von seiner ersten Begegnung mit meiner Mutter erzählt hatte. Er kann empfinden, versicherte er ihr. Möglich, aber was, wenn das nur ab und an geschieht? Da er nicht zu verstehen schien, führte sie aus. Was, wenn sich nur etwas in ihm regt, wenn einer von uns beiden bei ihm ist? Das könnte jedenfalls erklären, warum er manchmal in seinen Ausnahmezustand verfällt. Wenn er nicht mehr weiß, was mit ihm los ist und wenn er behauptet, es würde ihm schlecht gehen. Das hast du mir doch auch einmal erzählt, Harry. Erinnerst du dich an die Sache mit deiner Babydecke? Du hattest erzählt, dass du ihn noch nie so ergriffen erlebt hättest. Vielleicht wusste er mit seinen Gefühlen nicht umzugehen, weil er so lange auf sie verzichtet hatte. Womöglich war er deshalb so überwältigt. Aber wie können wir etwas ausrichten, nur weil wir in seiner Nähe sind? Und wie soll es überhaupt möglich sein, die Empfindungen von jemandem abzuschalten? Wollte Harry wissen. Ich weiß nicht, welche Rolle wir spielen, Harry. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er womöglich von einem Fluch getroffen worden war, der ihn so hat werden lassen. Versuchte sie zu erklären. Harry runzelte die Stirn, bevor er fragte. Gibt es denn so einen Fluch? Ich weiß es nicht, aber wir sollten mal einen Auroren fragen. Übernimmst du das, Harry? Fragte sie. Da er nickte, mutmaßte sie weiter. Und wenn es kein Fluch gewesen war, vielleicht war es ein Trank. Ein Trank? Wiederholte er ungläubig. Warum sollte man einen Trank erfinden, der so grauenvolle Resultate vollbringt? Es ist ja nur eine Idee von mir. Wenn tatsächlich durch einen Fluch oder Trank die Empfindungen eines Menschen ausgeschaltet werden könnten, dann wäre doch derjenige, der dem ausgesetzt gewesen wäre, hervorragend geeignet. Geeignet für was? Fragte Harry nach. Um perfekt als Spion fungieren zu können. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ich bin ja noch ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020